Ja, danke, dass kommen seid. In dem Vortrag geht es um die Reconnaissance-Phase, hauptsächlich für Bug-Bounty-Hunter, aber auch für Red-Teamer. Und was dieser Vortrag euch ein bisschen näher bringen soll, ist einfach eine Toolsammlung, die ich häufig verwende beim Bug-Bounty-Hunten, aber auch im Red-Teaming-Assessments. Das heißt, dieses Slide-Deck könnt ihr dann auch wirklich hernehmen, soll da eine halbwegs gute Sammlung sein mit Tools, mit den Open-Source-Tools und auch wie man sie verwendet. Ich fange gleich mit einem Zitat an vom Abraham Lincoln und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, worum man die Reconnaissance-Phase braucht. Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, dann würde ich sechs Stunden dazu verwenden, um die Axt zu schärfen. Und das ist genau das, um was es bei Reconnaissance auch geht. Also wir wollen uns wirklich gut auf unseren Angriff vorbereiten. Wir wollen in einem Red-Teaming-Assessment nicht die komplette Infrastruktur durchtesten, sondern wir wollen wirklich die Ziele finden, die was lohnenswert sind. Und wenn ich jetzt Bug-Bounty-Hunt auf einer großen Infrastruktur, sei es jetzt Google oder Microsoft oder Apple, dann will ich auch nicht 20.000 IP-Adressen durchtesten, manuell oder automatisiert, sondern ich will wirklich die Systeme identifizieren, die was es wert sind, meine manuelle Analyse durchzuführen. Und genau das werden wir uns anschauen, wie man das machen kann. Aber wo starten wir denn eigentlich? Und prinzipiell, was braucht man, dass wir uns ein Ziel wirklich gut anschauen können? Wir brauchen Domains, wir brauchen IP-Adressen, die wir angreifen können. Und wir brauchen andere Informationen, seien es jetzt Namen, Positionen von Mitarbeitern, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, andere persönliche Daten, wie Passwörter, persönliche, andere persönliche, also interne Dokumente zum Beispiel von Mitarbeitern, auch Wohnadressen können interessant sein, Benutzernamen und so weiter. Und ich würde jetzt gerne mit dem unteren Teil starten, das wird ein ganz kurzer Exkurs ins O sind. Ich bin kein Open-Source-Intelligence-Experte, aber ich werde euch das, was ich weiß, kurz näher bringen. Und ich starte da immer mit einem Tool, Hunter.io ist eigentlich dafür da, um Marketing zu betreiben, um Kaltakquise zu betreiben. Das heißt, man geht da einfach her und gibt einen Firmennamen, einen Domain ein und man kann dann E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Positionen und so weiter von Firmen herausfinden und die dann versuchen, Kalt zu akquirieren. Das Ganze habe ich da kurz einfach aufgezeichnet, weil ich bin kein Fan von Live-Demos, auch bei sowas nicht. Ich gebe Apple.com ein und prinzipiell sieht man da schon, ich habe 3.500 Ergebnisse ungefähr. Ich kann das schön als CSV exportieren auch. Ich kann danach Departments auch filtern dann und kann so nachher meine Departments, die ich angreifen will, raussuchen. Ich sehe auch den Aufbau von E-Mail-Adressen, was immer total wichtig ist natürlich, wenn ich Mitarbeiter identifiziere, wie ist eine E-Mail-Adresse aufgebaut. Ich habe LinkedIn-Profile hinterlegt und kann nachher über LinkedIn weitere Informationen vielleicht raussuchen. Und ich habe eben, wenn man weiter runter scrollt, auch zum Beispiel Telefonnummern hinterlegt, die ich dann für Voice-Phishing-Angriffe zum Beispiel verwenden kann. Wer meinen Vortrag vor ein paar Jahren gesehen hat, man kann ja eben Call-ID-Spoofing sehr gut zu verwenden, um Voice-Phishing zu betreiben. Und man hat auch rechts die Soßen, woher Hunter.io wirklich diese Daten auch hat. Und die kann man sich dann halt noch im weiteren Sinne genauer anschauen, woher sind denn diese Ergebnisse und wie alt sind sie. Wir sehen hier von 2020, ein bisschen älter. Wir haben aber auch sehr aktuelle Soßen dabei von 2021. Mit diesen Informationen kann man dann zum Beispiel auf D-Hashed gehen und öffentliche Data-Leaks durchsuchen und hoffen, dass wir Klartext-Passwörter finden, dass wir Benutzernamen finden, IP-Adressen und sonstige Daten. Und ja, also gibt es andere Plattformen natürlich auch, aber D-Hashed ist da etwas, das kostet glaube ich 30 Euro oder so im Monat, der Account. Und dann kann man auch Wildcards suchen auf Domains machen. Ich kann aber auch einfach das Gewerbeinformationssystem von Österreich verwenden, um zum Beispiel persönliche bezogene Daten zu akquirieren. Ich kann einfach den Familiennamen oder den Vornamen eingeben. Familienname erlaubt sogar Wildcards. Und ich kann da dann zum Beispiel nach dem Heinz-Christian Strache suchen und kann so zum Beispiel das Geburtsdatum rausfinden, aber auch zum Beispiel eine Adresse, wo die Gewerbeberechtigung denn ausgestellt ist. Also das Geburtsdatum vom Heinz-Christian Strache ist zum Glück, also es ist öffentlich verfügbar, aber vielleicht diese Adresse jetzt nicht unbedingt. Um jetzt nicht nur in Strache zu nennen, ihr habt das Ganze von Strolz jetzt auch gemacht. Was da vielleicht ganz interessant ist, da ist es die Gewerbeberechtigung im 23. Bezirk. Und wenn man sich jetzt das auf Google Maps mal anschaut, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass das jetzt unbedingt das Büro von dem ist, sondern vielleicht auch die Wohnadresse, weil es schaut also nicht unbedingt nach einem Bürogebäude aus. Das war jetzt mehr oder weniger schon der ganz kurze Exkurs in die Osind-Richtung. Wenn ihr da mehr wissen wollt, ich kenne ein paar, die sich dafür besser auskennen wie ich. Ich will jetzt schon zum nächsten Punkt springen und zwar, wie komme ich denn jetzt auf IP-Adressen, die was dem Unternehmen gehören. Und da ist meine erste Anlaufstelle bgb.he.net, ist eine uralte Webseite, die was eigentlich einmal ursprünglich dafür gebaut worden ist, um bgb-Routing-Informationen zwischen ISPs und so zu sammeln und dann auch durchsuchbar zu machen. Und das ist natürlich auch perfekt für uns. Und wir können da einfach hergehen und einmal eben apple.com eingeben zum Beispiel und sehen da dann die IS-Nummern, die was apple.com gehören. Und wir sehen schon, also wenn jemand von euch Bug-Bounty auf große Ziele machen will, bei apple.com hat da ein komplettes Achternetz. Also wirklich sehr viel, sehr viel, eine riesengroße Spielwiese. Prinzipiell reicht uns das einmal für einen ersten Schritt schon. Und wir wollen jetzt schon zum oberen Punkt gehen, zu den Domains, weil wenn man Domains identifiziert, die was zum Ziel gehören, findet man auch in weiterer Folge dann wieder neue IP-Adressen, die was vielleicht zum Ziel gehören und in Scope sind. Und das ist auch der Teil, der was aus meiner Sicht am meisten Arbeit in Anspruch nimmt, wirklich Domains und Subdomains und nachher vielleicht zugehörige URLs und Parameter und so zu identifizieren. Das heißt, das geht da schon auch in die Web-Richtung jetzt. Das Erste, was wir tun, wenn wir ein Domain haben, wir wollen Subdomains enumerieren. Und da gibt es ein Tool, das heißt Subfinder ist von Project Discovery und ist ein Go-Tool, das ist was aus meiner Sicht sehr performant funktioniert. Es gibt aber auch hunderte Subdomain-Enumeration-Tools da draußen, also kann man verwenden, wo man sich am wohlsten fühlt. Prinzipiell ist es total idioten einfach sicher zum Verwenden. Apple.com, minus O, Output-File. Man kann das Ganze auch rekursiv starten, dass man nachher wirklich auch auf alle discoverten Subdomains nochmal die Enumeration durchführt. Subfinder kann aktives Finding machen, aber auch passives. Das heißt, bei Aktiven wird wirklich aktiv gebroot vor. In dem Fall jetzt mit 200 Threads, aber man kann das Ganze auch passiv machen, aus Zertdaten, aus zum Beispiel Certificate-Transparency-Logs, aus HUIS-Records, die was irgendwo hinterlegt sind und so weiter. Man kann das Ganze dann auch direkt in ein Tool reingeben, HTTPX heißt das, das ist ein ganz einfacher Port-Scanner, der was einfach nur auf standardmäßig 80 und 443 in Port-Scanner macht. Und das Angenehme ist, dass er dann, wenn da der HTTP-Antwort zurückkommt, mir sofort das Protokoll auch davor richtig hinschreibt, dass ich es dann gleich weiterverwenden kann, weil einige Tools einfach... weil einige Tools eben direkt das gepräfixste brauchen. Es gibt auch ein Tool von Project Discovery, das was Chaos heißt, das ist eigentlich eine Website und es gibt auch einen API-Client dazu, wo man öffentliche Bug-Bounty-Programme sehr einfach durchsuchbar hat und wo öffentliche Ziele, die was jemand anderer schon für uns enumeriert hat, wo man die auch herunterladen kann. Das heißt, über diese Webseite kann man sagen, okay, da sind jetzt 500 Bug-Bounty-Programme hinterlegt. Man kann durchsuchen, ich würde gerne auch Geld bekommen, wenn ich was finde. Das heißt, man kann filtern nach Bug-Bounty-Programmen, die was bezahlen und man kann dann dort diese Daten runterladen. Über die Webseite, aber eben auch über den Client. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, bitte über uber.com gib mir mal die ganzen Ziele, die du in deiner Datenbank drin hast. Das sind jetzt in dem Fall 7700 ungefähr. Man kann aber auch, also man kann sich das Ganze dann eben ausgeben lassen. Man kann aber auch zum Beispiel die HTTP-Titles sich ausgeben lassen und dann sieht man schon, okay, welche Endpunkte geben wir an 200er zurück, welche geben wir an 404er zurück und so. Also ist eine sehr gute Basis, mit der man mal starten kann. Das sind aber natürlich Informationen, die jeder von uns hat und wir verschaffen uns dadurch jetzt nicht wirklich einen Vorteil. Also man muss das dann schon auch weiterverarbeiten in dem eigenen Workflow. Weitere Methoden oder Tools, um nach Subdomains zu enumerieren. E-Mess kennen wahrscheinlich viele von euch. Wenn man Zugriff auf Passiv-DNS-Datenbanken hat, dann die auf jeden Fall verwenden. Asset Finder ist ein Tool vom Tomnomnom. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Tomnomnom kennt, weil wir noch einige Tools von dem sehen. Und GitHub ist auch immer eine sehr gute Anlaufstelle, wenn das Ziel irgendwie Source-Code veröffentlicht. Dann können da auf jeden Fall auch Endpunkte offenbart werden. Oder andere Suchmaschinen wie Intel X zum Beispiel, Shodan, Zensus. Google habe jetzt die URL nicht dazu geschrieben. Ich glaube, das findet jeder. Jetzt haben wir Subdomains identifiziert. Wir haben IP-Adressen identifiziert. Was machen wir jetzt damit? Wir wollen für unsere IP-Adressen, die wir gefunden haben, neue Virtual Hosts finden. Das heißt, wir wollen mehr oder weniger IPs auf Virtual Hosts auflösen. Wir wollen unsere Domains vorwärts auflösen, um neue IP-Adressen zu identifizieren, die was in Scope sind. Wir wollen für HTTP-Endpunkte automatisierte Screenshotting betreiben. Wir wollen nicht alle Domains manuell veröffentlichen. Wir wollen weiteres Content-Discovery machen, also klassisches Scrolling, Fussing und so weiter, aber auch HTTP-Parameter zum Beispiel identifizieren, die wir noch nicht kennen. Wir wollen das Ganze dann in ein sinnvolles Format bekommen, dass wir dann auch wirklich das Ganze einschränken können auf ein paar Domains, die, was wir uns manuell anschauen wollen oder die, was wir vielleicht irgendwie scannen wollen, noch weiter auf Schwachstellen. Und wir wollen natürlich auch früher oder später irgendwas finden, dass sich das Ganze überhaupt lohnt. Der letzte Punkt ist jetzt nicht wirklich Fokus von diesem Vortrag, weil es ja wirklich um Reconnaissance geht und es ist nicht ums Identifizieren von Schwachstellen. Wir reden ganz zum Schluss noch, was man mit den Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, auch tun könnte. Virtual Host-Discovery mache ich mit Host-Hunter. Das ist ein Tool, das was eben Target-IPs auf Virtual Hosts versucht zu mappen durch Reverse-Lookups, aber auch durch andere, durch HUIS-Datenbanken zum Beispiel, die was in die Vergangenheit gehen, also wirklich wo große History-Datenbanken da sind von HUIS-Einträgen. Host-Hunter kann mittlerweile auch Screenshotting betreiben, das heißt alle Virtual Hosts, die was identifiziert wurden, kann man auch automatisiert screenshotten lassen. Ich verwende dafür ein anderes Tool, aber man kann auch das verwenden. Alt-DNS, DNS-Gen sind Permutation-Tools, das heißt die versuchen wirklich Virtual Hosts oder allgemein-DNS-Namen weiterhin zu scramblen und dann zu versuchen aus dem was Sinnvolles zu machen, was wieder auf IP-Adresse zum Beispiel auflöst. Mass-DNS ist einfach nur ein Massenresolver, mit dem man viele Domains auf IP-Adressen auflösen kann, um so wieder neue IP-Adressen zu identifizieren. Alt-DNS kann man zum Beispiel so verwenden, das heißt wir haben bekannte Subdomains, die wir wissen, die was valide sind. Wir haben eine Virtual Liste, die was optimalerweise zugeschnitten ist auf unser Ziel, das heißt da nicht irgendeine Virtual Liste verwenden, die was jeder hat, sondern irgendetwas Zugeschnittenes auf das Ziel verwenden. Und das wird dann automatisch, wird dann gescrambled, wird versucht aufzulösen und wenn das auf etwas Sinnvolles auflöst, dann wird es in unser Results-Out.txt geschrieben. Wir können Mass-DNS verwenden, um eben unsere Domains oder unsere Subdomains versuchen aufzulösen mit verschiedenen Resolvern, um eben neue IP-Adressen zu identifizieren. Und wir können Mass-DNS auch in Kombination mit einem anderen Tool DNS-Gen, also DNS-Generating, mehr oder weniger, kann man verwenden, um wieder mit einer Virtual Liste zu versuchen, neue Subdomains, neue valide Subdomains zu finden und das dann mit Mass-DNS-Forwards aufzulösen, weil DNS-Gen das nicht automatisch macht, mit so viel Alt-DNS. Mit Web-Screenshot ist ein Tool, mit dem man Screenshotting betreiben kann, das heißt wir versuchen mit dem Tool Web-Screenshot wirklich automatisiert Dutzende oder Tausende Subdomains zu screenshotten. Das funktioniert im Hintergrund einfach mit der Chrome-Engine und wird in dem Fall jetzt mit 40 Workern aufgerufen. Das funktioniert eigentlich relativ performant und ist dann für Visual Recon, so wie ich es nenne, sehr hilfreich, dass man viele Webseiten, viele HTTP-Endpunkte vorselektieren kann. GoSpider ist ein Tool zum Spidering, also man kann, oder zum Crawling eben, man kann dafür auch Verb zum Beispiel verwenden, ist aber aus meiner Sicht nicht so performant. Und mit GoSpider kann man wirklich eine große Liste von Domains und Subdomains versuchen zu spidern oder zu crawlen. In dem Fall funktioniert es so, man kann einen Endpunkt angeben, in dem Fall habe ich eine Concurrency von 10 eingestellt und eine Tiefe von 1, das heißt, da geht nur ein Directory rein. Ich kann das Ganze mit einer Liste von Seiten machen, ich kann das Ganze aber auch mit, dass andere Sousen noch inkludiert werden, also dass zum Beispiel Archive, Org, Common Crawl, Virus Total oder Alien Vault noch zusätzlich mitgenommen wird, das heißt, es werden wirklich da öffentlich zugängliche Daten noch in dieses ganze Crawling mit einbezogen. Ich kann auch eine Blacklist zum Beispiel definieren, dass ich zum Beispiel PDF-Files nicht mitcrawlen will, weil man das meistens zumindest keinen Mehrwert bringt. Mit Arjun kann ich HTTP-Ghetto- oder Post-Parameter brute-forcen, ist aus meiner Sicht total essentiell, wenn ich irgendwelche interessanten Endpunkte identifiziert habe, machen aber die wenigsten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen Endpunkt identifiziert habe, so wie da jetzt den Endpunkt slash Endpoint, dann kann ich versuchen, und ich habe dazu vielleicht noch keine HTTP-Parameter identifiziert, weil sie einfach nicht dokumentiert sind, dann kann ich versuchen, mit einer Voter-Liste valide Get- oder Post-Parameter zu brute-forcen und die dann manuell oder durch automatisiertes Scanning mir näher anzuschauen. Und ich kann das Ganze natürlich auch mit einer Liste von Targets machen. Mit ffaf, super fast URL-Fasser oder was das heißt, kann ich wirklich eine große Liste von URLs versuchen zu fassen. Das heißt wirklich Content-Discovery drauf zu machen mit einer Voter-Liste. Das heißt jetzt Hidden Directories oder Hidden Endpoints zu finden, die was nicht verlinkt sind. Da auch wieder wichtig, aus meiner Sicht, keine Standard-Wordlist verwenden, immer wirklich auch für Technologie zugeschnitten, aber vielleicht auch aufs Ziel zugeschnitten, hier wirklich Voter-Listen zu verwenden. Ich kann sagen, bitte versuch automatisch zu kalibrieren, was für Return-Codes oder was für Content-Size als Return als Invalide zu sehen ist, also der klassische 404-Error, wenn eben irgendein Endpunkt nicht existiert. Aber ich kann das auch manuell versuchen. Das heißt, ich will in dem Fall jetzt zum Beispiel alle, also ich sehe in dem Fall jetzt alle Responses mit der Content-Size 42 als Not-Found-URLs. Also das muss man dann schauen, ob das ffaf automatisch hinkriegt. Meistens schafft es das eh. GAU ist ein Tool, das steht für Get-All-URLs und im Endeffekt ist es einfach nur ein Client, der was von mehreren öffentlichen Soßen, bekannte URLs inklusive Parametern zusammensammelt und das dann mir zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann sagen, bitte gehen wir für Apple.com oder auch für Apple.com inklusive alle Subdomains bitte die Endpunkte zurück, die in öffentlichen Crawling-Datenbanken schon vorhanden sind. Auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen, ist natürlich etwas, was jeder hat und verschafft uns das nicht wirklich an Vorteil. Also da auch wieder dann manuell anreichern, wieder mit anderen Tools. Linkfinder ist auch aus meiner Sicht etwas, was viele übersehen und zwar die Analyse von JavaScript-Files. Wir wollen JavaScript-Files automatisiert, aber auch manuell analysieren und mit Linkfinder kann man zumindest einmal Endpunkte aus JavaScript-Files rauspausen, automatisiert. Das heißt, ich habe eine Liste von URLs, ich hole mir mal alle JavaScript-Files, also alle Links mit JavaScript-Files raus und übergebe die dann dem Linkfinder und der würde mir dann Endpunkte ausspucken, die was in diesem JavaScript-File verlinkt sind. JavaScript-Files sind immer interessant, da sind API-Keys oft drin, da sind Hidden Parameter drin und so weiter. Das heißt, in euren Analysen vergesst die JavaScript-Files nicht. Ich kann es in dem Fall im oberen Beispiel, haben wir es in einem HTML-Report, was dann gut durchsuchbar ist, ich kann es aber auch direkt in der Commandline ausgeben lassen und dann direkt weiterpipen in andere Tools, wie ich es brauche. Jetzt haben wir ganz viele Informationen gesammelt, wir haben ganz viele IPs, wir haben ganz viele Domains, wir haben ganz viele Endpunkte, wir haben Fussing betrieben, wir haben Parameter-Fussing betrieben und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir das Ganze irgendwie in ein sinnvolles Format bringen und dann vielleicht für die weitere manuelle Analyse einfach nutzbar machen. Da ist einmal ein ganz heißer Tipp, QS-Replace, top nom nom. Und das verwende ich zum Beispiel einmal einfach auch, um sinnvoll unique auf URLs zu machen. Wir sehen da jetzt die ersten zwei URLs sind jetzt in dem Fall aus meiner Sicht gleich, nur Param1 und Param2 sind vertauscht, das heißt, gleicher Parameter, gleicher Endpunkt, aber ich gehe davon aus, dass die Reihenfolge von den Parametern in den meisten Fällen, sagen wir mal so, keinen Unterschied machen. Das heißt, ich würde da jetzt gerne unique drauf machen, mit einem klassischen unique würde ich es nicht machen oder würde es nicht funktionieren. Mit QS-Replace-A kann ich die Duplicates so einmal removeen. Das heißt, das kann man bei einer langen Liste, kann man das schon einmal sehr viel sparen. QS-Replace kann man auch für andere Sachen verwenden. Man kann zum Beispiel sagen, ich würde gerne jedes Parameter mit einem bestimmten Wert ersetzen, um zum Beispiel für Server-Site-Request-Fortry oder für XSS-Schwachstellen oder so zu scannen. GF ist auch ein Tool von TomNomNom, ist ein Wrapper rund um Grab. Da kann ich mir schöne Templates bauen, um einfach nicht dauernd irgendwelche riesengroßen Grab-Befehle zu schreiben, sondern ich schreibe mir einfach ein Template. Das schaut zum Beispiel so aus. Da will ich nach OpenRedirect-Schwachstellen oder nach Server-Site-Request-Fortry-Schwachstellen suchen. Und ich würde gern zum Beispiel Parameter, Get-Parameter oder Post-Parameter finden, die was Checkout ist gleich oder Checkout URL ist gleich heißen, die was einfach des Häufigeren anfällig für solche Schwachstellen sind. Und dann habe ich da wieder eine Liste von URLs und kann dann einfach sagen, gf-redirect-urls-unique.txt und er wird mir in dem Fall jetzt die eine URL ausgeben, wo eben dieser verdächtige Parameter drin ist und dann kann ich mir dann manuell anschauen. Er spart einem einfach viel Arbeit, wenn man da schöne Templates sich über die Zeit zusammengebaut hat. So, jetzt haben wir das alles und was machen wir jetzt weiter? Ich habe schon gesagt, das ist wirklich die Reconnaissance-Phase, das heißt, wir wollen ganz viele Daten sammeln. Jetzt können wir noch ganz kurz darüber sprechen, was können wir jetzt weiter damit machen. Ja, also natürlich können wir jetzt Scanning betreiben, wir können auf XSS-Cores S3-Buckets suchen, wir können Server-Site-Request-Forgery-Scans machen oder manuelle Analysen. Ich habe es da nochmal extra zurückgeschrieben. Script-Files, schaut es euch die an. Gibt es immer noch genügend Secrets in irgendwelchen JavaScript-Files, die was da drin rumliegen. Wir können mit Nessus oder mit Nuclei natürlich weiterhin automatisiert irgendwelche Scans machen. Reviews, die HTML-Kommentare, da stehen immer wieder interessante Informationen drin. Macht es Login-Brute-Forcing, wo es sinnvoll ist, aber nicht überall bitte, weil es ist sinnlos, das überall zu machen, aus meiner Sicht. Macht es Visual Recon, also zum Beispiel eben Screenshots-Reviewen, die nach größer sortieren, um zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht irgendwelche Webseiten, die doch das ein oder andere Interessante offenbaren. Aber macht es auch manuelles Testing. Aber genau deswegen machen wir eben vorher diese Filterring, diese Voranalyse, dieses Vorselektieren, dass wir eben nicht alles manuell testen müssen, sondern schaut euch wirklich nur gezielt gewisse Endpunkte an, die aus eurer Sicht sinnvoll sind. Es gibt da noch ganz viele weitere Ressourcen, die wir sich da auf den weiteren Slides noch verlinkt haben. Das heißt, die Slides werden dann eher auf die Webseite gestellt und da könnt ihr nachher diese Tools noch weiter durchschauen. Ich bin auch immer für Feedback offen, wenn ihr andere Tools habt, die, was ihr verwendet, sind euren Workflows. Also da gibt es so viel da draußen, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, man kann das verwenden, was schon da draußen ist. Jetzt haben wir vielleicht noch kurz Zeit für Q&A, wenn es welche gibt. Es gibt da auch einen QR-Code, den, was ihr ohne Bedenken scannen könnt, für meinen Kontakt. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Gibt es Fragen oder sind alle überwältigt von der Anzahl an Tools, die Sie kennengelernt haben? Wie viel Arbeit erspart ihr das, wenn ihr das mit der Paragraph vergleicht? Oder habt ihr vielleicht angefangen, mit dem Tools, die es dann wollen, die es dann auch nicht mehr gibt? Also die Frage war, ob... Die Frage war, ob ich mir heute Zeit erspare im Vergleich zur Vergangenheit. Ich erspare mir jetzt nicht wirklich Zeit, sondern ich finde einfach mehr. Also es geht einfach darum, um bei riesigen Netwerken, die, was ich zur Verfügung habe, zum Testen, dass sie da einfach mehr Informationen haben, als die, was sie sonst eben nicht hätten. Und um das geht es in der Reconnaissance-Phase. Sinnvolles Filtering, da erspart man sich auf jeden Fall sehr viel Zeit, wenn man eben nicht alles, wenn man nicht 1000 URLs automatisiert scannt, sondern vielleicht nur 5. Das erspart einem schon viel Zeit, aber hauptsächlich geht es wirklich darum, um einfach mehr Endpunkte zur Verfügung zu haben, die, was ich dann testen kann, und dass ich vielleicht Endpunkte finde, die, was sonst noch keiner gefunden hat. Genau.